Komm runter mit deinem Kopf Na, lass zum Da, shit, verdammter mal Jetzt aber Ja 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 Der war echt nicht von schlechten Eltern Wollte nur den Trank abholen, hier ist nämlich das Portal Gab ja nicht mal Loot dafür So, alter Sack Deine Kreation ist tot Es ist vollbracht Ja Und jetzt Bereitest du auch mir ein Ende Ein gebrochener Geist ist Strafe genug, Schmied Lass mich meine Gnade nicht bereuen Zeit für ein neues Meisterwerk Hast du irgendwas cooles? Müll Nö Nö Die Axt mit ihren 150% Crypt Damage ist einfach krass Nö Zu wenig Defense Nö Alles Schrott Oh, Abgrundschmiedehammer Der Schmied hat diesen Hammer gefertigt, um beim Bau der Abgrundschmiede helfen zu können Der Hammer ist durchtränkt mit dunkler Energie, kann selbst die dickste Rüstung erschüttern und setzt alles, was er berührt, in Brand Na, mal gucken Selber Damage, Kraftzuwachs, 1% weniger Crit Rate, selber Feuerschaden, aber keinerlei Crit Schaden Das ist ein ganz klares Hell No Damit wäre die erste von diesen drei Bonus Kampagnen durch In diesem Sinne speichern wir das Spiel Und gehen über zur nächsten Gleich